Hallo und herzlich willkommen hier beim Treff Talk, dem Podcast vom Kanal Jugendtreff. Mein Name ist Norbert und ich bin nicht alleine da, bei mir ist Max mal wieder. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hi. Also falls ihr es nicht gesehen habt, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe gerade Norbert zugewogen, der sitzt bloß auch da an der Seite. Also ich erkläre das Konzept vom Podcast nochmal ganz kurz. Man sieht uns nicht. Aber man muss ja währenddessen erklären, was wir tun, damit die Zuschauer ein visuelles Bild dazu bekommen. Ja, aber selbst auf YouTube sieht man uns nicht, da haben wir nur diese schöne Animation immer, die ist auch immer ganz schick, aber ist eigentlich zum Zuhören. Man kann uns übrigens auch auf dieser hören und im RSS-Feed und auf YouTube kann man uns finden. Treff Talk, sehr gut. Und heute geht es um das Thema Videospiele, wie immer, wenn Max dabei ist, wie fast immer. Was, wie fast immer, sagt er? Ist halt ein gutes Thema. Ich glaube, es ist ein bisschen dein Thema. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, die Frage ist, sind Videospiele schlecht oder wie ist die Frage heute? Wie ist das Thema? Also bei der Frage bist du schon mal ganz falsch bei mir. Ich finde Videospiele super. Also es gibt natürlich das eine oder andere. Das war es mit dem Podcast. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wie ist das mit Videospielen? Machen die zum Beispiel aggressiv? Machen die, ja, ne, die alte Killerspiel-Debatte? Ja, kommen wir mal auf. Ja, genau. Ehrlich gesagt, die war ja schon, die ist ja schon uralt. Da habe ich mich in deinem Alter schon mit rumgeschlagen, auch mit den Vorurteilen. Das ist total Banane, ne? Ja. Ja. Aber gut, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja, wir haben gerade über, du hast gerade darüber geredet, du hast eine Arbeit darüber geschrieben oder eine Hausarbeit? Ach so, ja, das war sogar, ja doch, Arbeit trifft es ganz gut. Das war so ein alternativer Leistungsnachweis, weil meine Deutschlehrerin ist eigentlich schon irgendwie eine ganz coole. Sie hat uns zur Wahl gestellt, entweder schreiben wir halt eine ganz normale Klausur zum Thema Kommunikation, ne, Argumentation war das. Oder wir machen halt diesen alternativen Leistungsnachweis, was sich dann gebildet hat durch so einen Legefilm, den wir dann auf Simply Show machen konnten. Ich weiß nicht, ob die Website dir was sagt. Ja, okay, ist auch nur was, ja. War eigentlich ganz cool und das Thema, was ich dann gemacht habe, war, ob Videospiele schädlich für einen sind und ob die sich dann auf Gehirnleistungen auswirken. Ah, und dann solltest du da argumentieren einfach so aus deiner Erfahrung oder hast du das auch mit Recherche unterfüttert? Ja, ganz genau. Ich habe das auch mit Recherche unterführt. Das sollte aufgebaut sein wie ein Leserbrief, weil das dann das aktuelle Thema war. Wie ein Leserbrief aufgebaut ist, wissen die meisten wahrscheinlich. Ansonsten kommt das bald in Deutschunterricht. Da habe ich mich dann wirklich vor meinen PC gesetzt, habe dann schön recherchiert. Bin ich dann auf einen Artikel vom MDR gekommen. Ist aber auch schon, was habe ich gesagt, 2017? Ja. So was, in 15 irgendwo dazwischen kam der Bericht her. Ja, die Debatte ist ja alt, habe ich ja gesagt. Und dann hast du sozusagen immer so Pros und Kontrast gesammelt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ganz genau. Pros und Kontrast gesammelt und dann untereinander weggeschrieben. Wichtig ist bei meiner Argumentation erst den Punkt nehmen, den du nicht vertrittst und dann deinen Standpunkt nehmen. Also wenn du dafür bist, dann musst du erst die Kontra-Argumente aufschreiben und dann die Pro-Argumente. Ja, weil man auch mit seinen Pro-Argumenten ja auch oft die anderen Argumente dann ausstechen kann. Ja, ganz genau. Wiederlegen kann. Ein bisschen unterbuttern. Ja. Und ich nehme mal an, dass du als Freund des Videospiels, dass deine Hypothese ist, nein, sie schädigen nicht oder auf welches Ergebnis bist du gekommen? Tatsächlich bin ich da auf kein richtiges Ergebnis getroffen, weil da ist es halt der Punkt, dass es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, finde ich. Manche verkaufen das besser, manche eher weniger. Ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt drei Stunden lang vor die Konsole setze, kann ich dann trotzdem noch nach draußen gehen und ein normales Leben führen. Aber ich hatte mal einen Kollegen, der hatte leicht einen Klick in der Birne und konnte... Der hat sich dann da so verloren drin und kam noch nicht mehr raus. Ja, der konnte dann Videospiel von Realität nicht mehr ganz unterscheiden. Ja gut, war aber... Aber mach doch jetzt, bist du schon mal irgendwo, du hast ein Spiel gespielt, wo man irgendwie Knarren braucht und du bist irgendwo langgegangen und hast eine Knarre gesehen irgendwo und hast gedacht, oh, die könnte ich jetzt gebrauchen. Ach nee, das war ja ein Videospiel. Also, ob ich jetzt... Oder du hast Tetris gespielt, bist irgendwoher hingegangen und hast überall nur geometrische Formen gesehen. Ist dir das schon passiert? Nee, also Tag dran tue ich nicht. Also in den Ausmaßen nicht. Ja. Aber bei Tetris ist mir das nämlich schon mal passiert, dass ich dann, weiß ich nicht, da habe ich dann in einer Stadt gewohnt und da sind die Häuser ja mit Lücken und das dann... Und dann sieht man praktisch, wenn man wirklich zu viel zockt, dann sieht man wirklich, da ist eine Lücke für dieses und jenes Element bei Tetris. Wo ich mir das gerade... Völlig krank. Wie ich mir das gerade vorstelle. So, Norbert macht gerade Urlaub in Amerika. Okay, das ist aber schon ein paar Jährchen her, weißt du? Das kann nicht sein, ich mache nur in demokratischen Staaten. Nee, ganz fiktiv Szenario. Oh, oh, da haben wir jetzt weit aus dem Verzettel. So, wie er dann da so vor dem World Central Center steht und dann so, da passt ein Kranhaus zwischen. Und dann wirklich so mit der Tetris-Musik. Ja, genau so. Das wird doch echt genial. Ja, absolut. Nee, aber das ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass man zu viel zockt, wenn man nämlich Sachen aus dem Spiel in die Realität mit reinnimmt. Zum Beispiel sich Strategien, die man zur Spiellösung überlegt hat, in die Realität überträgt oder so. Ja. Das ist spannend. Kriegsführung. Ja, genau. Aber die Frage ist ja, ob das einfach nur ein Nebeneffekt von mal zu viel zocken ist. Was ist denn, du hast gesagt, das kann auch schlecht fürs Gehirn sein? Du hast da eine Studie gefunden? Ja, ganz genau. Die Uni Ulm hat in diesem Bericht dann auch eine Studie hinterlegt, die belegt, dass eine Stunde pro Tag zocken innerhalb von sechs Wochen, ich weiß nicht, die Prozentzahl leider nicht mehr, aber einen gewissen Teil an grauer Hirnsubstanz abbaut und dadurch dann Gehirnleistung minimiert oder beziehungsweise verringert. Ach, da wird richtig Gehirn abgebaut. Ich dachte, es wäre eher so, dass, ich sage mal so, andere Areale aktiviert werden, die man so in Real Life gar nicht braucht. Also, da stand die ganze Zeit nur so graue Gehirnmasse, ich kann, was da sein soll. Ja, interessant. Da müsste man, ja, das ist ja das richtige Hier. Ich gucke mal eben, ob ich die Berichte finde. Ich erzähle dir sogar noch von einer Studie, mit der ich mich mal beschäftigt habe. Ja, beschäftige ich. Aber, also ich glaube, die Debatte, die geführt wird über Videospiele, die verengt sich ja oft so auf das Thema Brutale Spiele, Killerspiele und so und ob die schädlich sind und ich glaube, da hat die Realität gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Also, nicht der Inhalt des Spiels macht jemanden, ja, so sagen, beeinträchtigt jemanden, sondern es ist vor allen Dingen auch die Menge und Dauer der Nutzung von solchen Sachen. Und ich würde das sogar noch erweitern. Ich würde das auch erweitern auf alle Medien, die exzessiv genutzt werden. Also, wenn ich zu viel TikToker zum Beispiel. Und da denke ich an nämlich eine Studie, die mir über den Weg gelaufen ist vor, auch schon ein bisschen her. Die ist jetzt auch schon sicherlich 15 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger. Puh, wahrscheinlich noch länger. Und das ging nämlich vom Kriminologischen Institut Niedersachsen. Da hat nämlich erforscht, wie das ist mit Medien, die man so auf seinem eigenen Zimmer hat und der Schulleistung. Und die haben dann festgestellt, dass je mehr Medien ich nutze, je häufiger ich sie nutze und je länger ich sie nutze, zum Beispiel den eigenen Fernseher, die Konsole auf dem Zimmer, den PC zum Videospielen oder sowas, desto schlechter werden die Leistungen in der Schule. Und ja, die Hypothese, die dahinter steckt, ist, dass alle diese Spiele, die funktionieren ja danach, dass man immer so kleine Belohnungen hat. So ein Bling-Bling. Also das hast du auch beim TikToken oder beim Wischen, bei den YouTube-Shorts oder so oder auch bei den ganzen Handy-Games. Es gibt immer wieder kleine Erfolge und die lösen natürlich im Gehirn dieses Belohnungszentrum aus. Das macht es Bling und das verfestigt sich dann im Gehirn. Und das stellt dir mal vor, du lernst gerade Mathe, das ist schwer, das ist anstrengend. Und bis du da das Belohnungssystem im Gehirn angesprochen hast, da braucht es eine Zeit, da braucht es Anstrengung, bis du was verstanden hast. Und dann bildet sich da gerade irgendwas und dann spielst du eine Stunde irgendwie, was ich nicht, was ist gerade auf dem Handy, tolles Spiel zum Runterballern irgendwie. Boah, auf dem Handy, also wer ja auf dem Handy zockt und sich dann als Gärmer bezeichnet, der gehört ihm eine Tonne. Sag mal ein doofes Handyspiel, schnell. Dual Jump. Was? Dual Jump. Dual Jump, sag ich gar nicht mehr. Genau, auf jeden Fall, das spielst du dann und dann bügelst du im Prinzip das Gelernte damit gleich wieder über. Also, wenn ihr merkt, eure Leistungen in der Schule gehen runter, dringende Empfehlung, schmeißt Fernseher und Konsole aus eurem Zimmer raus und seht zu, dass ihr eure Zeiten ein bisschen reduziert. Es ist völlig egal, was ihr spielt, es geht einfach darum, um die Menge. Und das ist eher das Problem. Das heißt nicht, dass man nicht mal irgendwie Binge zocken kann. Sag jetzt mal. Ich glaube nicht, dass das ein Binge zocken ist, wie Binge gucken, Binge watching. Habe ich jetzt mal gerade so übertragen. Habe ich das gerade erfunden? Also bitte zitiert mich, wenn ihr das verwenden wollt. Binge zocken habe ich gerade erfunden. Alles klar. Aber ihr versteht, was ich meine. Man versteht doch sofort, was ich meine. Wie Spock Ohren. Weiß man sofort, was für Ohren. Ja. Ja, gut. Ja, aber das ist so das Ding, was ich über Videospiele und ihre Schädlichkeit beitragen kann. Was denkst du denn? Was spricht dir dafür, dass Videospiele schädlich sein könnten? Was dafür spricht, dass Videospiele schädlich sein könnten? Also ich habe jetzt die Studie wiedergefunden. Ja. Ich lese mal einen kleinen Satz daraus vor. Der Bericht ist von 2017 vom MDR. Eine aktuelle Studie der Uni Ulm scheint den Kritikern jetzt recht zu geben. Sie fand heraus, wer täglich eine Stunde mit Online-Computerspiele verbringt, verliert an Hirnvolumen. Und das nur nach sechs Wochen. Die Studie zeigt außerdem, dass das Spielen negativ auf den Umgang mit Emotionen und auf die Entscheidungsfindung auswirken kann. Interessant. Ich brauche mehr Informationen dazu. Das kann ich jetzt so abschließend noch nicht so stehen lassen. Vor allen Dingen ist es eine Studie, ne? Ja. Ja, ja. Genau. Da muss noch ein bisschen... Äh... Die grauen Gehirnzellen werden weniger. Schuld daran ist laut der Studie die Abnahme der grauen Substanz im orbitofrontalen Kortex. Ja, danke schön. Gute Gesundheit. Wie kommt das zustande, dass das... Äh... Das ist jetzt die entscheidende, spannende Frage, ne? Wieso verlieren wir an Gehirnmasse, wenn wir viel zocken? Und, ich meine, wenn wir was anderes viel tun... Ich meine, und gilt das für jedes Videospiel, ne? Also, es gibt ja auch intellektuell anspruchsvolle Videospiele, wie Minecraft zum Beispiel. Und kein Widerspruch. Also, ich persönlich empfinde das als intellektuell anspruchsvoll, ne? Also, ich glaube ja auch, dass das aufs Spiel ankommt, ne? Also, was ist denn, wenn ich ein Spiel spiele, wo ich bei rechnen muss, ne? Ähm... Ist das da auch so? Äh... Das ist mir schon sehr verallgemeinert, ne? Welche Spiele haben die gespielt? Ich glaube einfach, das ist ein typischer Fall von missverstandener Studie in der Presse, oder? Oh, äh... Gute Frage. Ja, also, das ist schon arg verkürzt. Also, die Information, die du da aus der Zeitung holst, also, das ist schon sehr verkürzt. Ja, aber du hast ja noch andere Argumente in deiner Arbeit gehabt, sicherlich, oder? Ja, dann... Was dafür spricht, dass das Gehirn schlecht auf Videospiele zu sprechen ist? Ich kann dir jetzt positive Aspekte vorlesen. Nö, nö, nö. Ich will das erstmal hier nochmal ein bisschen Spiele-Bashing betreiben. Will ich nicht. Ich bin Team Pro. Ja, ich das weiß. Ja, ich weiß, du bist Team Pro, aber ich bin des Teufels Advokat hier. Erwirkung, du? Nicht des Teufels Avocado. Ach, schade. Ja. Den mag ich eh nicht. Entschuldigung. Ja, aber ich kann auch ein bisschen weiterlesen. Ja. Großfett geschrieben, die grauen Gehirnzellen werden weniger. Schuld daran ist laut der Studie die Abnahme der grauen Substanz, ja, das habe ich ja vorhin vorlesen, einem Bereich im Gehirn, der direkt über der Augenhöhe vorne im Schädel sitzt. Weil er die menschliche Emotionen regelt, gilt er als sitzethischer und moralischer Empfindung. Bei einer Schädigung dieses Bereichs fehlt den Betroffenen der moralische Kompass, weshalb sie Probleme haben, Entscheidungen zu treffen. Auch die Fähigkeiten, das eigene Verhalten einschätzen, kann beeinträchtigt werden. Also so wie ich es nachvollziehen kann aus diesem Text hier, wird dann dieses Ding da über den Augen, im Kopf, irgendwie durch Videospiele geschädigt. Ja. Und dadurch ist dann halt diese Entscheidungsfindung gestört. Okay. Ja, komischerweise lese ich auf einer anderen Seite, dass Forscher vom Max-Planck-Institut nachgewiesen haben in der Studie, dass Computerspielen gut fürs Gehirn sind und dass tägliches Spielen eine Gehirnregion intensiv trainiert und alle Areale vergrößern kann. Siehste. Ja, also da müssen wir, also da siehst du, guck mal, Wissenschaft ist zwar gut, aber in der Kommunikation muss man genau wissen, was die untersucht haben. Wenn die jetzt irgendeinen Schmarrn spielen, wenn die zum Beispiel, weiß ich nicht, Handy-Daddel-Scheißen, untersucht haben. Diese Spiele sind ja nur darauf ausgelegt, möglichst lange, stumpfsinnige Spiele zu spielen, die null Fähigkeiten brauchen. Also hier haben sie World of Rockhoff getestet. WoW? Ja. Aber da hast du ja sogar soziale Interaktion ohne Ende. Also, weiß ich nicht. Und da spricht doch auch Kreatives an und Abenteuerlust. Ich weiß nicht, was die da untersucht haben. Naja, auf jeden Fall hier täglich 30 Minuten Computerspielen. Jetzt bin ich jetzt auf der anderen Seite, sagen die vom Max-Planck-Institut. Ja, haben die über zwei Monate täglich gemacht und haben Mario 64 spielen lassen. Ja, das hat der MDR hier auch als positiven Aspekt. Was denn? Das mit dem Mario 64. Mario 64 ist besser, oder was? Ja. Also, das heißt, es kommt doch aufs Spiel an. Also, ich glaube, ich habe ja ein bisschen auch die Theorie, dass bestimmte Spiele auch bestimmte Leute anziehen. Ja, klar. Ja, und dass bestimmte Leute auch dann, ja, wie soll ich sagen, Bock haben, zum Beispiel Fortnite zu spielen. Und ich glaube, dass der gemeine Fortnite-Spieler eher Gehirnmasse einbüßt, als der gemeine Minecraft-Spieler. Das sage ich als Minecraft-Zocker. Ich glaube, das könnte auch so sein. Ja, ich glaube, dass es schon was anderes ist, ob ich mich kreativ in der Welt austobe und tolle kreative Dinge baue und schaffe und entdecke und so, oder ob ich stumpfsinnig Leute abballe. Ich glaube, ich halte das tatsächlich in diesem Falle für, nicht im Sinne von Moral, sondern im Sinne von, die Art der Tätigkeit ist einfach total stumpfsinnig. Obwohl, also. Aber in Fortnite kannst du ja nicht nur schießen, sondern auch dein kleines Taschmarhalter bauen. Also ich zwischendurch spiele ich. Also bevor du fertig bist, bist du erschossen. Ja, kommt doch an. Hast du mal die Fortnite-Spiele von heute gesehen? Das sind so zwölf jährige Kitties, die das Spiel gerade spielen dürfen. Ey, und dann, wisst ihr, wie sich das anhört? So, ich habe letztens mal eine Runde gespielt, weil mein Bruder spielte, das mit ein paar Kollegen von mir spielen, das. Also bauen kann ich einfach gar nicht. So, dann hatte ein anderer Spieler sein Mikrofon an. Ich gebe einen Schuss aus der Waffe ab, ne? Auf einmal hörst du nur noch. So überall nur noch Tasten. Und manchmal steht da so das Empire State Building. So innerhalb von Sekunden. Ich gucke so drei Meter nach oben so, hä? Wie ging das? Ja. Also. Ja, gut. Es gibt immer die findigen Leute, die die Sachen können oder zumindest rausfinden, wie sie es hinkriegen können. Ja. Ja, genau. Ja, also und was sind jetzt deine Gründe dafür? Also nicht der Grund dafür. Was sind jetzt? Warum meinst du denn, dass Spielen vielleicht nicht schädlich ist oder eher nützlich? Nützlich, also jedes Mal, wenn ich dann an Spiele und nützlich denke, dann denke ich immer auch an diesen Belohnungseffekt, weißt du, dass wenn der Fernseher oder sowas nicht beim Kind im Zimmer steht, sondern irgendwie unten im Wohnzimmer und mit der Playstation dann so, Torben, ich nehme Torben immer gerne als Beispiel, so, mach deine Hausaufgaben und dann kannst du an die Playstation oder sowas, weißt du? Sowas sehe ich dann als nützlich an. Also als Motivation, ne? Ja. Ich sehe jetzt auch noch gerade hier, da schreibt hier eine Seite im Internet, Planet Wissen, ist ein bisschen zusammengekürztes, aber doch auf Wissenschaft beruhende Seite und und zwar schaden Computerspiele der Sehkraft, äh, Ergebnis, Menschen, die 5 bis 15 Stunden pro Woche mit Actionspielen verbringen, haben eine bessere Sehfähigkeit. Klares Nein, oder? Also, oder stören Computerspiele die Konzentrationsfähigkeit? Da wurde etwas untersucht, äh, wie gut die, äh, Versuchsteilnehmer, äh, kognitive Widersprüche auflösen konnten und bewegten Objekten folgen können und Gamer schnitten besser ab. Und da hab ich gerade dran gedacht, ähm, dass, äh, ich hab mal gesehen damals, äh, hier, äh, äh, LeFloid und sein Kumpel irgendwie, die waren mal, äh, an so einem Waffenstand und haben mit irgendwie so Militärwaffen geschossen. Okay. Und die kannten diese Waffen nur aus Videospielen. Ja. Aber dadurch, dass sie das trainiert waren im Videospiel, konnten die das in Real Life umsetzen und der Typ, äh, der, die da trainiert hat, hat gesagt, ja, hab da tatsächlich noch nicht mit denen geschossen? Nee, nee, ne? Ja. Der war doch nicht schlecht, also, ne? Das macht ihr gut, ne? Ja. Die konnten sozusagen diese Fähigkeiten einfach übertragen dann, ne? Und das finde ich zum Beispiel auch... Also, ich glaub, bei so Shooter Games, ich glaub, das ist dann ganz gut, aber, äh, ich weiß gar nicht, das ist auch schon eine Studie, die ist auch schon Jahre alt, aber im Durchschnitt schließen, äh, äh, Fahrschüler, die viele, äh, Rennspiele gespielt haben, schlechter als die, die keine gespielt haben. Mhm. Ja, frag mich nicht warum. Also, ich denke mir dann so, also in der Fahrschule kannst du nicht mit 200 und einem Opel Corsa um die Kurve. Ja, ja, warum, ne? Klar, also du musst ja irgendwie auch ein Gefühl dafür haben, wie sich ein Fahrzeug verhält, ne? Ich glaube, dass jemand auch, der mit Lego-Technik Autos gebaut hat, mit Lenkung, äh, durchaus und Anhänger, durchaus besseren Anhänger einparken kann später, wenn er groß ist, weil er einfach diese Bewegung schon irgendwie räumlich besser, äh, sich vorstellen kann, ne? Ähm, das, das stimmt schon, ne? Dann, äh, hab ich jetzt schon, dann hab ich jetzt schon noch was gesehen, hat halt was gepiepst bei dir? Bei mir nicht. Komisch. Also, äh, dann hat auf jeden Fall eine Studie in Australien gezeigt, dass Computerspiele bessere Noten in Mathematik und Naturwissenschaften hatten. Ähm, das ist auch nicht schlecht, ne? Das ist auch cool, oder? Äh, oder, ähm, was haben wir dann? Äh, das zeigt alle wohl, dass es wohl eigentlich wo keinen Schaden gibt, ne? Also zumindestens ist die Gemengelage sehr durchwachsen. Ich würde, ich würde sagen, äh, für mich persönlich ist es einfach, ähm, wenn ich natürlich meinen Lern und meinen Lern und meinen Lern-Erfolge in, in der Schule überbügel mit exzessiven Videospielen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Leistungen schlechter werden, ja? Aber, ähm, grundsätzlich macht Videospielen nicht dümmer. Es ist, glaube ich, wie Fernsehen, ne? Die Dummen werden dümmer und die Klugen werden klüger. Ja, gut, jeder, wie man uns dann darauf anlegt, ne? Ja, so, wie ist es denn dein Fazit zum Thema? Lässt es Videospielen jetzt sein, nachdem du die Gefahren für deine graue Hirnsubstanz hast, gehören müssen? Da waren Gefahren? Also da, wo nichts ist, da kann auch nichts verloren gehen, also. So viel Selbstkritik heute, ja. Sagst du, wir sind dann schon wieder am Ende. Wir sind schon wieder am Ende, genau. Ja. Das erkennst du, wenn ich die Ohrstöpfel rausnehme. Ja, ich habe gerade schon die Absperrmusik gehört, deswegen. Ja, na gut. Die hat mich gewarnt, ja, klar. Habe ich dann wieder das letzte Wort? Du hast das letzte Wort. Ja. Was sage ich denn jetzt? Also, wer sucht, der findet, wird drauflich verschwindet. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr auch mal mit mir sprechen wollt, kommt, sprecht uns an, Kontaktdaten sind in der Beschreibung oder kommt in unseren Jugendtreffs in Bad Essen, in Bumte oder in Bad Laar vorbei und vereinbart einfach einen Termin. Macht's gut, bis dann und... Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020